In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, wie du in einer Teams-Aufgabe eine angehängte Datei bearbeiten kannst. Ich habe hier wieder mein Mathematik Rocks Demo-Team geöffnet und sehe, es gibt eine Aufgabe mit dem Namen Mein Medientagebuch für mich. Ich öffne nun die Aufgabe und sehe, dass hier eine Excel-Datei angehängt wurde mit dem Namen Medientagebuch. In diese Datei soll ich nun für zwei Wochen meine Mediennutzung dokumentieren. Um in die Datei etwas eintragen zu können, öffne ich sie mit einem Klick darauf. Was du hier nun siehst, ist nur eine Vorschau der Datei, das bedeutet, du kannst lesen, was in der Datei gespeichert wurde. Möchtest du die Datei allerdings bearbeiten, musst du hier rechts oben auf das Bleistift-Symbol klicken. Dadurch öffnet sich nun Excel auf deinem iPad. Hast du Excel noch nie geöffnet, bekommst du hier noch Informationen zu den Datenschutzoptionen. Das bestätigst du mit OK. Es sollte sich dann auch schon das Medientagebuch in Excel auf deinem iPad öffnen. Nachdem die Datei geöffnet wurde, kann es sein, dass hier am oberen Rand eine Mitteilung erscheint und zwar, dass du noch nicht in Excel angemeldet bist. Erscheint diese Meldung bei dir, klickst du bitte auf Anmelden und meldest dich mit deiner Schul-E-Mail-Adresse und deinem Passwort an, damit du Excel auch vollständig nutzen kannst. Nachdem du dich angemeldet hast, stehen dir nun alle Funktionen der App zur Verfügung. Du kannst nun also in eine neue Zeile klicken und kannst hier nun deine Mediennutzung eintragen. Nachdem du das eingetragen hast, kannst du deine Eingabe hier mit dem grünen Häkchen noch bestätigen. Wenn du wirklich sicher gehen möchtest, dass Excel deine Eingaben auch gespeichert hat, klickst du links oben noch einmal auf den Pfeil zurück und so landest du wieder in die Dateiübersicht und Excel schließt dein bearbeitetes Dokument. Wenn du nun wieder zurück nach Teams wechselst und dein Medientagebuch schließt und erneut öffnest, sollte nun diese Änderung bereits übernommen worden sein. Diese Schritte wiederholst du jedes Mal, wenn du nun etwas in dein Medientagebuch eintragen möchtest und somit sollte es kein Problem geben, deine Medienaktivitäten digital zu dokumentieren.